93,75 Euro, die Sie sich hier sparen. Fast 100 Euro, denn Sie bekommen diese Tücher für 24,99 Euro. Und das ist nicht nur ein Tuch, nein, Sie bekommen gleich 10 Tücher. 10! 10 Stück! Unglaublich! Und vor allen Dingen, Sie nehmen ja genauso, wenn Sie dran denken, mit Papiertüchern, da haben Sie natürlich alles, was Sie verschüttet haben, wieder aufgesagt. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie fantastisch dieses Tuch saugt. Wir falten das jetzt einfach mal zusammen und ich habe hier so ein bisschen Flüssigkeit hereingemacht. Moment, den muss man aber auch anders hinstellen. So, also einmal hier zusammenlegen und jetzt tauche ich das mal hier rein. Und da sehen wir zwei Dinge. Als allererstes, wie saugt das Ganze hier auf? Also ich kann hier diese gesamte Flüssigkeit herausnehmen und ganz wichtig, da kommt das Liste es auch nicht mehr raus. Das heißt, ich könnte es mir rein theoretisch über den Kopf halten, da kommt also nichts herunter. Und das ist das Wichtige hier dabei. Das bleibt hier trocken auf meinem schütteren Haar. Und wenn wir uns jetzt das Tuch mal anschauen, das sieht natürlich jetzt leicht rot gefärbt aus. Und jetzt kommt die Sensation. Wie mache ich das Ganze wieder sauber? Und zwar, Sie machen zu Hause, ich muss noch kurz in den Keller gehen und hier Wasser anmachen. Das heißt, Sie halten es einfach unter dem normalen Wasserhahn und dann wischt das absolut sauber alles wieder heraus. Und das wird absolut wieder sauber hier drin. Und das ist das Besondere hier dabei. Schauen Sie, das ist schon wieder weiß. Einfach nur Wasser drüber laufen lassen. Blauwarmes Wasser drüber laufen lassen. Und das Ganze ist wieder sauber. Einmal ausgefunken. Und Sie könnten jetzt rein theoretisch sich damit sogar abschminken. Das ist also auch, das ist sensationell. Normalerweise muss ich sagen, wenn ich das einmal in die Hand nehme da, das ist ein bisschen hart, wenn das zu Hause zu Ihnen kommt. Das ist nämlich ein Holzfaser und die wird aktiviert, indem Sie es in Wasser eintauchen. Und dann wird das ganz softig und ganz weich. Und dann kann man damit wirklich fantastisch reinigen. Wie gesagt, sogar das Gesicht abschminken. Es kratzt nicht. Auch wenn Sie jetzt zum Beispiel solche Sachen sauber machen wollte. Sie können, das ist unglaublich, alle Sachen reinigen, die Sie reinigen wollen. Das heißt, jetzt hier zum Beispiel den Topf, da ist jetzt ein bisschen was dran. Den wische ich hier einfach sauber. Aber das Wichtige hier dabei ist, es macht nicht nur Töpfe sauber. Und zwar antibakteriell. Schauen Sie sich das an. Es glänzt, es sieht fantastisch aus, es ist herrlich. Sie können damit rein theoretisch auch Teller sauber wischen. Sie werden antibakteriell. Aber Hans-Peter, das heißt jetzt quasi, dass ich auch überhaupt kein Reinigungsmittel mehr brauche, um meine Töpfe zu reinigen, um zum Beispiel meine Böden zu reinigen, um meine Gläser zu reinigen? Absolut. Absolut. Und ganz, ganz wichtig, wenn so etwas jetzt zum Beispiel, hier habe ich jetzt mal einen Fußtapfen drauf gemacht. Sie sehen das hier. Und wenn ich das jetzt hier, ich könnte also auch meinen Fußboden damit sauber wischen. Und selbst wenn das Tuch dann richtig dreckig ist, dann brauche ich da hinterher immer nur einfach hergehen und einfach so abspülen unter Wasser. Und dann ist das wieder sauber. Und das ist das Besondere hier dabei. Und einmal im Monat, einmal in der Woche vielleicht auch mal sauber machen. Und dann in der Waschmaschine darf man es auch waschen. Das ist also auch ganz, ganz wichtig. Das ist hier also auch eine ganz tolle Sache. Jetzt zeige ich Ihnen mal etwas, was Sie normalerweise, ups da, genau. In der Küche zum Beispiel, da sieht man nochmal wieder, wie es sauber gemacht wird. Also einfach nur Wasser drüber laufen lassen und dann ist es wieder sauber. Das ist also das Wichtige hier dabei. Oder auch da, Sie machen die Pfanne sauber machen. Richtig verbrannte Sachen. Wichtig, es wird nicht nur sauber, es wird antibakteriell. Das habe ich zum Beispiel heute Morgen gemacht. Computertastatur, die war so richtig voll gefingert. Einfach nur feucht. Die ganzen Armaturen zum Beispiel im Bad. Die Fußspuren in der Küche, wenn die Kinder da reinlaufen, wenn mal was umgefallen ist. Oder jetzt hier in der Mikrowelle zeige ich natürlich auch gleich hier nochmal. Und gleich sehen wir natürlich noch einmal, was normal mit den normalen Reinigungstüchern passiert. Und hier sehen wir auch nochmal die ganzen Badarmaturen, da wo jetzt natürlich immer wieder viele Bakterien sind. Acht Lagen, das haben wir hier. Acht Lagen haben wir dieses spezielle Holzfasergewebe. Und das ist ein ganz feines Gewebe mit acht Lagen hintereinander. Das nimmt die Bakterien auf, hält sie in sich fest und wenn sie es abspüren, gehen die Bakterien wieder raus. Aber jetzt etwas ganz Wichtiges. Sie alle haben zu Hause einen Haufen von diesen ganz normalen Reinigungstüchern und Schwämme. Und wenn die dann dreckig sind, dann schmeißen sie sie vor. Irgendwann sehen die dann so aus. Das ist unappetitlich. Das Schlimmste dabei ist natürlich das, was sich in diesen Schwämmen feststellt. Und das will ich Ihnen jetzt hier einmal zeigen. Ich habe hier jetzt einfach mal so einen Schwamm und da haben wir jetzt ein Schwarzlicht. Ich habe da mal im Internet ein bisschen recherchiert und da haben wir festgestellt, gerade in der Hygiene, da wird sehr, sehr viel mit Schwarzlicht gearbeitet. Einfach um mal zu zeigen, wo die Bakterien sind und wie sie, durch Schwarzlicht werden die sichtbar. Und ich zeige das jetzt einmal hier. So, ich zeige das jetzt mal so. Schauen Sie sich das mal bitte an. Das sind hier Bakterien, die durch dieses Schwarzlicht sichtbar werden. Und das könnte jetzt Ihr Schwamm zu Hause sein. Und zwar der Schwamm, mit dem Sie vielleicht Ihr Geschirr abspülen. Kennen Sie den Schwamm? Jeder zweite Haushalt hat den zu Hause, um ans Geschirr dran zu kommen. Und genau diese Bakterien landen dann auf dem Geschirr und im Endeffekt in Ihrem Körper. Und genau das ist es doch. Es geht um Gesundheit hier. Denn unsere Allzwecktücher, die sind antibakteriell. Die sind halt einfach so, dass die 99,9% dieser Bakterien halt eben abtöten. Und damit können Sie komplett durch die Küche gehen. Und zwar, wenn Sie die nach Hause bekommen, dann probieren Sie das bitte unbedingt mal aus. Fassen Sie das mal so an. Das hat wie so kleine Häkchen. Das liegt einfach darum, dass es hier 100% halt eben aus einer Naturfaser ist. Nämlich eben aus einer Holzfaser. Und dass die diese Holzfaser das komplett aufnimmt. Jetzt schauen Sie es mal. So sieht Ihre Küche aus. Wenn Sie mit einem normalen Haushaltstuch arbeiten. Ja, meine Frau kauft zum Beispiel, jede Woche kauft die neue Schwämme. Oder hat das früher gemacht, bis ich natürlich jetzt dieses tolle Tuch entdeckt habe. Jetzt wird nichts mehr neu gekauft. Man spart ja einen Haufen Geld dabei. Diese Schwämme, die sehen ja ganz nett aus und auch noch sauber. Aber diese Bakterien kann man ja nicht sehen. Unter Schwarzlicht kann man sie natürlich sehen. Wenn Sie jetzt hergehen, zum Beispiel Ihren Kühlschrank sauber machen wollen. Ich schaue da jetzt mal in den Kühlschrank herein. Und da habe ich jetzt mal, normalerweise ist das ja bei mir nicht so, aber es ist jedem schon mal passiert, man hat mal irgendwas im Kühlschrank vergessen. Und das ist dann richtig, da hat man unten sowas drin. Das nimmt man einfach hier heraus. Ich schütte das ganz einfach mal weg. Und jetzt könnte man das mit Wasser ausspülen. Und das, was jetzt hier drin sind, da sind ein Haufen Bakterien drin. Die kriegt man nicht einfach nur mit Wasser heraus. Das heißt, einfach mit diesem Tuch hier ausreiben. Und wenn Sie das einmal damit ausgerieben haben, dann sind alle Bakterien wieder weg. Und das ist das Wichtige hier dabei. Hier können Sie das alles fantastisch sauber putzen, antibakteriell. Sie wollen doch bitte nicht in Ihren Essfächern Chemie haben. Wenn Sie da jetzt zum Beispiel mit diesen Chemie-Cocktails, die man ja alle zu Hause hat, jeder von Ihnen hat einen Schrank voll mit extrem viel Reinigungsmittel. Das kostet Ihr Geld. Das belastet aber auch die Umwelt. Das ist das, was Sie jetzt in Zukunft in dieser Menge nicht mehr brauchen. Denn Sie reinigen mit unseren Tüchern fantastisch sauber, alles ganz super toll ab. Und natürlich antibakteriell. Das ist also hier das Wichtige dabei. Und das Reinigen, wenn Sie jetzt gar kein fließendes Wasser haben, können Sie es auch einfach bloß in eine Schüssel eintauchen. Und es ist wieder sauber. Das ist das Wichtige hier. Einmal ausgefroren und schon können Sie das nächste reinigen. Schauen Sie mal, hier sehen Sie eben nochmal diese Küche, die eigentlich super sauber aussieht. Aber jetzt sind wir mal mit Schwarzlicht reingegangen. Und genau so sieht Ihre Küche zu Hause auch aus, wenn Sie mit einem herkömmlichen Putztuch arbeiten. Denn das sind halt einfach diese Bakterien, diese Reste, die halt zurückbleiben, die sich da halt eben noch fangen. Und das kann einfach auch krankheitserregend sein. Und jetzt schauen Sie uns bitte an, jetzt gehen wir da mit unserem Tuch drüber und zwar nur mit Wasser. Und es wird komplett gereinigt. Überlegen Sie mal bitte, Sie sparen hier Geld, denn dieses Tuch hält Ewigkeiten. Das ersetzt 75 der normalen Küchenrollen. Dann ersetzt es vor allem auch noch diese ganzen Chemikalien. Denn überlegen Sie mal, wenn Sie vielleicht Kinder haben, wenn Sie Haustiere haben, die laufen über den Boden, Ihre Kinder krabbeln vielleicht über den Boden, dann stecken die sich vielleicht die Finger in den Mund. Das Ganze hier mit acht Lagen, das heißt super stabil und es nimmt Bakterien auf. Es nimmt diese Salmonellen auf. Mein Bruder zum Beispiel hatte mal eine Salmonellenvergiftung als Kind. Warum? Weil er auf dem Boden gespielt hat. Dann den Finger in den Mund und zack war es halt eben passiert. Der war im Krankenhaus, der war ernsthaft, der nicht rein was ist. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Das ist wirklich gefährlich auch. Gerade in Familien, wo Hunde und Kinder sind, das Spielzeug, der Hund hat damit gespielt, die Mutter hat es nicht gesehen, das Kind steckt das in den Mund. Nehmen Sie einfach diese tollen Tücher, reiben das einmal ab, es wird absolut bakterienfrei. So etwas kann man natürlich mit auf den Kinderspielplatz nehmen. Das kommt einfach mit in die Tasche rein, in den Kinderwagen rein. Da fällt mal ein Schnuller runter. Ich habe viele Mitarbeiter beobachtet, die nehmen dann einfach selber in den Mund und lutschen ihn ab. Das ist nicht der richtige Weg. Einfach hier abputzen und dann ist das bakterienfrei. Schützen Sie Ihre Lieben, schützen Sie Ihre Kinder, schützen Sie Ihre Familie. Und look, Woodfiber Reinigungstücher nehmen extrem viel Flüssigkeit auf. Es fällt Ihnen mal so ein Glas um und dann läuft das dann hier so rauf. Da kann man Schwämme nehmen, da kann man Tücher nehmen. Tücher muss man immer wieder neu kaufen. Sie nehmen einfach hier das Tuch, reiben das hier sauber. Alles ist trocken, alles ist sauber. Das, was im Tuch drin bleibt, das kriegen Sie natürlich ganz leicht wieder hier heraus. Jetzt muss ich nochmal hier abtauchen, weil der Schalter ist da unten. Und dann läuft das Wasser und dann schwüle ich das hier einfach hier weg. Und dann läuft das alles hier aus dem Tuch unten wieder heraus. Die Bakterien verschwinden. Der Dreck verschwindet. Das wird alles wieder fantastisch sauber. Und wie gesagt, einmal vielleicht in der Woche in die Waschmaschine rein und alles ist wieder sauber. Und so einfach geht das. Das ist übrigens der absolute Renner in den USA. Die USA macht es vor. Da ist wirklich in jedem Haushalt liegen da halt eben diese Allzweck-Tücher. Zum Einsatz kommen Sie dort auch. Und Sie bekommen zehn Stück davon zum Preis von 24,99. Und ich habe es eben schon mal erwähnt, es ersetzt 75 von diesen Küchenrollen. Und 75 von diesen Küchenrollen würden fast 100 Euro kosten, nämlich 93,75. Ich war im Internet für Sie, habe das ausgerechnet. Das heißt, eine Rolle kostet 1,25 Euro, fast 100 Euro gespart. Überlegen Sie mal, das wird sogar eingesetzt in Sushi-Küchen. Und Sie wissen, in Sushi-Küchen wird natürlich ganz, ganz frisch gearbeitet. Da muss die Hygiene einfach groß gestehen werden. Weil da wird ja nichts gekauft oder ähnliches. Die arbeiten mit diesen Tüchern. Also es ist wirklich super beliebt. Und wir sind wirklich stolz und froh, dass wir es jetzt hier anbieten können. Das ist eine Premiere. So haben Sie das noch nie gesehen. Jetzt auch noch zum Extra des Tages, zu einem Preis von 24,99. Das heißt, hier lohnt es sich ganz besonders. Auch wenn Sie zum Beispiel Neukunde sind. Kommen Sie in die Leitungen, es ist so einfach bei uns zu bestellen. Der Anruf ist kostenlos, es kommt in ein paar Tagen zu Ihnen nach Hause. Sie können es sogar noch testen, 30 Tage lang und dann zurückschicken. Das ist eine Innovation aus den USA. Das ist eine Weltrunde, Revolution. Und wenn Sie zum Beispiel eine Mikrowelle haben oder so, da will doch keiner jetzt mit Chemie reinspritzen. Einfach hier aufmachen und dann die Mikrowelle damit auswischen. Denn da spritzt ja immer was hoch. Und gerade diese Sachen, die kann man damit fantastisch sauber machen. Das ist wieder antibakteriell oder aber auch den Herd. Man kann damit den Kühlschrank innen drin sauber machen. Man kann damit, ach ja hier, das ist zum Beispiel auch etwas. Das sollte eigentlich hygienisch sauber sein. Sie wissen alle, was das ist. Und das kriegen wir natürlich auch damit bakterienfrei. Acht Lagen von diesem fein gewebten Holzfasermaterial übereinander. Das nimmt alle Salmonellen weg. Das nimmt alle Kolibakterien weg. Zu 99,9 Prozent. Das ist getestet. Das ist erwiesen. Und das ist wirklich wahr. Und damit können Sie sich, Ihre Familie, schützen. Sie haben es antibakteriell. Und Sie haben es sauber. Sie nehmen alle diese ganzen Feuchtigkeiten, diese Flüssigkeiten wunderbar auf. Was ja ganz, ganz wichtig ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal zeige, so ein normales Tuch, wenn ich das in Wasser eintauche und hole das wieder raus, dann sehen Sie doch alle, wie das hier so tropft. Machen wir es nochmal zum Vergleich. Ja genau, zum Vergleich. So, also erstmal nimmt der hier alles drauf. Schauen Sie es erstmal an. Und es tropft nichts. So, 24,99 für den absoluten Hit aus den USA. 363 454. Das ist Ihre Bestellnummer. Das ist unser Extra des Tages heute für Sie. Ja, so einfach kann halt eben die Sauberkeit in der Küche sein. Dann, was ich wirklich eben auch so perfekt finde, ist, dass Sie halt keine Chemie mehr brauchen. Also mein absoluter Tipp, holen Sie sich definitiv diese Küchentücher. Vielen, vielen Dank hier an dieser Stelle. Sie bleiben bitte bei uns, denn wir haben jetzt gleich den 3 in 1 Mob, was es damit aufsichert nach einer Programmvorschau. Bis nachher. Ja. 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 Vielen Dank.